Heute fahre ich zum glasklaren Liebnitzsee, der bei Sonnenschein auch türkis leuchtet. Also die Fahrt aus Bernau war bisher sehr autoreich. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde, aber man probiert ja alles irgendwie mal aus. So, jetzt schaut euch mal dieses Wasser an. Unglaublich! So, gleich bin ich in Uppsdorf. Das ist meine Lieblingsstelle, um zum See zu gehen. Und rein! Hallo! Hallo! Haben Sie die Kamera? Ja! Oh, oh, oh! Cool! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020